Hallihallo Hallöle Heute gibt's den Teil etwas später Peter, es tut mir so leid, dass ihr so lange warten musstet auf diesen Part Ja, sorry Leute, es ist jetzt kurz vor dreiviertel eins in der Nacht und ich hab's wirklich gestern verpeilt aufzunehmen. Ich hatte nicht wirklich viel Zeit und dann hab ich's mir eigentlich vorgenommen, hab's aber verpeilt und es tut mir sehr leid. Aber dafür jetzt das Aktuellste, vom Aktuellsten nehme ich, ich kann den kompletten ersten achten für euch revidieren. Sagt man das so? Ja, ich glaub schon. Auf jeden Fall. Ich hab gute Skills, meiner Meinung nach. Also, ja, echt gute. Die gefallen mir recht gut. Hab damit auch gute Kämpfe gewonnen. Und bin in der Rangliste natürlich, oh nein, okay. Bin in der Rangliste natürlich noch auf Platz 2 hinter Zero Nerd mit, wow, genau 2000 Ehrepunkte. What a nice shit. Und natürlich vor Delphi mit, ja, ein bisschen mehr als 4000 Ehrepunkte Vorsprung. Das heißt, den zweiten Platz hab ich hier so sicher wie den zweiten Platz auf S5, wo wir die Tabelle auch mal kurz angucken können. Da steht's immer noch so, wie es jetzt schon eine ganze Weile steht. Ich bin 4000 Punkte hinter Odyssey und, ja, rechnen, 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 7 und, nee, 17.000 Ehrepunkte vor The Yellow Flash. Schauen wir mal an der Stufe. In der Stufe bin ich hier auf Platz 10 und hier auf Platz, auf Platz 13. Ja, schade, nicht so weit oben, wie ich dachte, aber Platz 13 trotzdem vollkommen okay. Team natürlich No Escape ganz vorne mit dabei, ist ja klar. Und ja, Wochenturnier, es tut mir leid, Leute, diese Woche kann ich leider kein Wochenturnierrückblick machen. Ich würd's gern machen, aber ich hab am Montag die Screens verpasst, ich hab gestern die Screens verpasst und ich würde heute Abend und am Samstagabend auch die Screens verpassen, weil ich dann nicht da bin zu Hause und für jedes Mal jemand anderes beauftragen, der dann viele Screens macht, das möchte ich nicht ungern. Deswegen hab ich mir gedacht, diese Woche lass ich's einfach aus zum Leidwesen von Braveheart, der sich schon wieder beschwert hat. Ey, immer wenn ich oben mit dabei bin, machst du kein Wochenturnierrückblick. Sorry, Leute, es ist wirklich nicht mit Absicht, es sind halt manchmal einfach Dinge, die wichtiger sind, als diese Wochenturnierscreens zu machen. Ihr habt's auch grad gesehen, ich hab den Heldensinn aktiviert. Er ist zur Zeit für mich ein bisschen, ja, cooler, als wenn ich hier mit Sidekick arbeite. Ihr seht's auch warum, weil ich dann wieder eine Mission verliere. Und ich muss halt auch wieder ein bisschen donaten, denn es wird knapp mit der Zeit. Ich hab halt, wie gesagt, nicht viel Zeit, um hier vor der Kiste zu sitzen, um hier zu spielen. Aber diese Wurfwaffen werd ich verkaufen und diese leckeren Erdnüsse werd ich hineintun. So, mal schauen, ob's hier was Schönes gibt. Natürlich nicht, aber Wurfwaffen. Wurfwaffen sind immer toll, Wurfwaffen braucht der Mensch. Ja, gibt's irgendwas... Oh, ich muss mich mal kurz richtig hinsetzen. Sorry, Leute, gibt's irgendwas Neues hier bei Hero Zero? Meiner Meinung nach nicht. Es tut mir leid, Leute, es gibt meiner Meinung nach nix Neues bei Hero Zero. Alles beim Alpen geblieben. Meine Nachrichten häufen sich hier auf S5 weiter an. Ich weiß nicht, wann ich schaff mal Schlubermails zu machen. Es ist wirklich stressig. Ich musste erstmal meinen Teamspeak heute wieder, meinen Teamspeak-Server neu aufsetzen, da es einige Rechte-Probleme gab, also für die Serverrechte und die Serverrechte. Aber Gruppenrechte und so weiter, da gab's ein paar Probleme. Deswegen hab ich gesagt, ach komm, mach ich ein komplett neu, tu ich ein komplett neu aufsetzen. Da war natürlich dann meine ganzen Channel hin. Einige haben sich gewundert, hä, was ist hier los? Nur nach der Default-Channel. Ja, Leute, sorry, der wird zur Zeit gefixt, wie kann man das sagen? Er wird zur Zeit wieder verschönert von mir. Wenn ich Zeit finde, wird er wieder ordentlich gemacht. Zur Zeit sind ein paar Standard-Channels drin und das muss reichen. Leute, übrigens, wer auf meiner Facebook-Fanpage gesehen hat, es gibt einige Trolle, die meinen, die müssen auf dem Teamspeak scheiße bauen und wenn ich sie dann banne, meinen sie hier, du bist der schlechteste Let's Player aus der Welt, du bist so kacke, aber davor feiern sie mich. Also solche Leute können gerne jetzt schon von meiner Page runtergehen, mich deabonnieren oder alles. Solche Leute brauche ich wirklich nicht. Also auf solche Leute kann ich gut und gerne verzichten, auch wenn ich dann nur noch 50 Abos habe. Mir ist es völlig wurscht, wie viele Abos ich habe. Ich bin froh, dass es Leute gibt, die meine Videos anschauen wollen, die denen das Spaß macht und die sich auch freuen, wenn man auf dem Teamspeak mal mit mir reden kann. Aber, nee, sobald der Scheiße baut, dann gleich so die linke Nummer abziehen, das mag ich gar nicht. Gehen wir zurück zu Hero Zero. Wir können ja mal kurz die Heldentaten angucken, aber nicht auf S6, sondern auf S5. Wie viel mir da noch fehlen? Ich bin bei 78%, das heißt, es fehlen mir noch 110 Heldentaten. Da könnten wir theoretisch mal wieder gucken, welche so demnächst anstehen. Okay, diese steht auf jeden Fall nicht an. 20 Donuts, wenn man ein Jahr lang gespielt hat, das ist erstaunlich. 5.000 Punkte pro Fähigkeit. Das wird auch noch lange nicht der Fall sein, weil ich habe hier gerade mal nicht die 300. Na, ich habe doch viel zu wenig. Viel zu wenig. Aber ich kann wieder ein Duell machen. Das ist natürlich was ganz Feines. Das werde ich mir nicht nehmen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich es höre. Sound habe ich eigentlich an, aber man hört es gar nicht so sehr. Ich versuche es mir scheinbar wieder an. Und gewonnen. Da, da, da habt ihr den Sound gehört. Jetzt ist gleich auch noch die Mission zu Ende. Und ich werde gewinnen. Ja, einige fragen sich sicherlich, hey, warum hast du kein Kondi-Equip? Ja, weil ich zu faul bin. Ganz ehrlich, ich bin zu faul. Okay, ich verliere viele Missionen, das ist klar. Aber ohne Kondi-Equipment. Erstens gehe ich den Angriffen aus dem Weg, die mich in der Ähre-Rangliste nach unten kämpfen würden. Und zweiterseits ist weniger Stress. Das, ihr seht, ich habe jetzt schon Heldensinn aktiviert anstatt Sidekick. Das ist der Nachteil, sorry Leute, wenn man 3 Viertel 1 aufnimmt und man den Tag über schon früh um 7 aufgestanden ist. Dann ist man halt so nachts ein bisschen müde. Ah, das passiert. Das passiert. Ja, ähm, ihr seht schon, dass ich Heldensinn anstatt Sidekick benutze, weil Sidekick zur Zeit ziemliche Probleme macht. Nicht nur, dass immer unbekannte Fehler kommen, sondern auch, dass, ähm, also, dass es mir persönlich ein bisschen, äh, zu viel Aufwand ist, da zwei verschiedene Instanzen zu öffnen, dann immer dort auf XP-Rating zu gehen. Da ist Heldensinn schon eine feine Idee, auch wenn es zwei Donuts pro Stunde kostet. Es ist fein. Es ist fein. Es ist schön und es ist toll. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich seh hier ein bisschen verkorkst aus. Der erste Schurke, stimmt, der war da vor zwei Tagen mittlerweile und ich hab ihn verpasst. Ich hab ihn verpasst. Ich fass es nicht. Da gab es auch eine coole Geschichte dazu. Es war ungefähr halb eins um eins. Da war ich auch auf dem TeamSpeak und da sagt Lion so scherzhaft, Fabi, wenn du jetzt schlafen gehst, ich sag dir, kurz nach zwei kommt ein Schurke, ne? Da hab ich gesagt, ach, Nachtschurke kommt doch nicht als erster Schurke. Ich geh jetzt pennen. Er so, du wirst schon noch sehen, ne? Ich so, ach, ich geh jetzt pennen. Ich geh pennen. Ich geh am nächsten Tag online und was seh ich? Es war ein Schurke da. Ich hätt mir so, so in den Hintern beißen können, aber es ging nicht, weil mein Hintern ist hinten und mein Gesicht ist vorne. Also es funktioniert nicht. Ja, aber das war schon richtig bitter. Es hat mir nicht gefallen, aber ich musste durch. Den ersten Schurke habe ich verpasst. Dafür kommt der nächste irgendwann jetzt mal und da werde ich natürlich dann ordentlich mitziehen und versuchen, da ironische Teile abzustauben. Ja, das war's eigentlich. So sieht mein Held zurzeit auf S6 aus. Ziemlich, ja, unschön. Würde ich gerne verbessern, aber es gibt zurzeit nicht die schönen Alten. Also wenn man hier sieht, wenn ich das hier jetzt in die Nähmaschine stecke, gibt es jetzt nicht die ultrageilen Epic-Items, die ich jetzt hier stattdessen anziehen könnte, beziehungsweise umnähen könnte. Deswegen lasse ich das so. Auf S5 sehe ich immer noch Iron Man-mäßig aus. Das wird auch so bleiben. Finde ich einfach eine coole, oh, Entschuldigung, eine coole Sache. Ja, ansonsten ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Sorry, dass die Folge ein bisschen kurz ist und nicht so sehr informativ. Es ist halt ziemlich spät. Morgen kommt eine FIFA-Folge. Leider, muss ich euch da auch schon wieder enttäuschen, leider noch keine Solo-FIFA-Folge, sondern eine Folge, wo ich mit einem netten Kumpel, der auch für ein Community-Projekt ein FIFA-Let's Play macht, Nura Klaar heißt der, habe ich gezockt. Das werde ich hochladen. Und ja, ich hoffe, damit seid ihr zufrieden. Könnt da ein bisschen meine Skills angucken. Und ja, ich hoffe, es war trotzdem okay. Und deswegen würde ich mich jetzt verabschieden und mich in mein Bett legen. Und deswegen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war der Schlimmerstürmer. Und er sagt Tschüss und schlaft gut. Zumindest die Leute, die das jetzt in dieser Nacht noch anschauen. Tschüss. 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 Vielen Dank.